Hallo, lieber IT-Unternehmer-Kollege. Und jetzt ist die letzte Chance für dich, um am 31.08. mit dabei zu sein, damit du mit diesem Thema, mit Online-Marketing, Managed Services, Neukundengewinn, so funktioniert digitaler Vertrieb in der Praxis, damit du bei diesem Thema mit dabei sein kannst. Warum das Ganze jetzt so in dieser Form für dich der richtige Zeitpunkt ist, einzusteigen? Nun, du bekommst als erstes den Videokurs freigeschaltet mit insgesamt 107 Lektionen. Dort wird dir in der Tiefe ganz genau erklärt, Schritt für Schritt, Wie arbeitest du? Mit Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, YouTube, mit deiner eigenen Landingpage, mit Online-Terminvereinbarung, mit allen Tools für den digitalen Vertrieb. Aber das Wichtige dabei sind die drei Live-Webinare und die starten eben am 31.08. Dazu gehört, dass du dich direkt mit anderen Kollegen austauschen kannst. Es sind bisher schon 35 andere Kollegen in dieser Runde mit dabei. Wir werden das in dieser Form in 2020 nur ein einziges Mal durchführen. Und du kannst direkt im Live-Webinar mit deinen Fragen, deinen Antworten, dich mit anderen Kollegen austauschen. Und ich gebe dir direkt die Antworten oder verweise dich dann eben auf die jeweilige Lektionen im Videokurs. Außerdem besprechen wir ganz genau die nächsten Schritte. Du bekommst einen ganz klaren Schritt-für-Schritt-Plan. Was solltest du innerhalb der nächsten Wochen dann als nächstes unternehmen, damit du am Ende auch wirklich messbare Ergebnisse erzielst. Und du bekommst auch die Success-Stories von anderen Kollegen, die berichten an, was hat gut funktioniert und was hat vielleicht gerade nicht funktioniert. Dann bekommst du nach jedem Live-Webinar eben Checklisten und ich nenne es mal Hausaufgaben, damit du ganz genau weißt, was sind jetzt die nächsten Schritte, die du als nächstes absolvieren musst. Denn irgendwie musst du das Ganze ja auch neben deinem Tagesgeschäft im IT-Unternehmen ja auch absolvieren können. Und so bekommst du eben eine ganz klare Schritt-für-Schritt-Abfolge, wie es weitergehen soll. Und darüber hinaus eben noch unseren Aktionsplan. Was sind deine Ziele? Was sind deine monetären Ziele? Was sind deine persönlichen, emotionalen Ziele, die du damit erreichen möchtest, die du auch gemeinsam mit deinem Team erreichen möchtest? Und damit du nicht alleine bist, hast du eben für den laufenden Austausch noch unsere Online-Community, wo auch die anderen Teilnehmer in dieser Challenge mit dabei sind und sich gegenseitig austauschen. Und wir sorgen dafür, dass du auch einen Partner findest zum direkten Austausch, sodass du einen Sparings-Partner hast, mit dem du dich immer über die nächsten Schritte austauschen kannst und der dich auch immer mit antreibt, um auf den nächsten Level zu kommen. Das Ganze startet jetzt am Montag, dem 31.08. um 16 Uhr. Das bedeutet, wenn du jetzt noch buchst, über diesen Link bit.ly slash mb020go, kannst du noch mit dabei sein und bist dann innerhalb der nächsten acht Wochen in der Lage, wirklich direkt, direkte Ergebnisse zu erzielen, direkte Neukunden zu gewinnen, direkt online Managed Services zu verkaufen. Dafür gibt es sogar noch meine Garantie, denn solltest du mit den Ergebnissen des Kurses nicht zufrieden sein, kannst du innerhalb der ersten vier Wochen das ganze Thema abbrechen und bekommst das Geld zurück, also eine 100% Geld-Zurück-Garantie. Ich kann dir aber sagen, auch aus unserem vorigen Kurs, das Ganze ist noch nie in Anspruch genommen worden, das heißt, diese Ergebnisse wirst du garantiert auch erzielen. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist, buche jetzt hier unter bit.ly slash mb020go. Wir sehen uns dann im Live-Webinar. Dein Mike Bergmann. Ciao.